Dass die Panita und die Suche nicht mitgekommen sind, ist vielleicht schon Schott, Leopold. Ist sie nicht ausgegangen, Roma? Warum ist die Panita gerade ausgegangen? Ausgegangen ist es sich nicht! Die Panita spricht jetzt ein bisschen Deutsch und versteht, was der Leopold den ganzen Tag für einen Schmarrn da herrät. Und weg quasi! Oh, jetzt gibt es hier! Ist das Fleisch hier auch alles frisch? Wenn sie herlangen, können sie sogar noch den Puls füllen. Ah! Sagen Sie Ihrem Kumpel! Da sollen wir die Ecke loslassen! Auf der Stelle! Das ist ein transnesischer Toilpudel. So ein Rassan kostet mehr als jemals verdient werden. Was war jetzt das für ein Gefährt? Mercedes-Benz. Wenn die ein Auto wäre, die wäre ein Ferrari. Wieder schauen. Und während die Mary und die Kids weg sind, werde ich den Ferrari starten. Fotografieren Sie hier unsere Kinder? Das handelt sich um ein Missverständnis. Der junge Mann fotografiert mich. Harkbomb kaputt! Kann der Herr Kranführer den Unfallhergang vielleicht ein bissl genauer schildern? Ein mieses Karma haben die den Neuhofers. Du, das magst du nicht einmal geschenkt. Wer jetzt? Eberhofer, wir ist zu einem gekommen, dass Sie schon wieder ermitteln. Haben Sie schon wieder Mordfatter gesehen? Ich fühl doch nur Ihren Auftrag aus. Meinen? Haben Sie was eingeworfen? Eine Ekstasi? Oder was? Beobacht, gell? Sie verrennen sich da in was. Wie der Unfall ist gleich ein Mord. Ich wollt auch anständige Spurensicherung. Und ich hätt gern ein Sektfrühstück mit der Christine Neubauer. Schauen wir mal, wie der das Glück hat. Dreiviertel einer Familie ausgerottet in kürzester Zeit. Hammer, oder? War schon echt ein Dreifachmord. Gratuliere zum Triple. Sie sehen Gespenster, Eberhofer. Es gibt keinen Neuhofer-Fall. Ende der Diskussion. Susi, jetzt warte halt. Oh mein, Susi! Du bist ein Schwein. Ein Hinterfurziges. Schuss! Sscht! Sag euch an, was du angehängt hast! Der ist plötzlich da vorgefahren wie eine angehängte Sau. Ey, Flötzinger! Ist alles klar? Oh.